. Wo ist denn hier das Bad? Bitte? Das Bad? Ich bin übrigens der Roland. Kannst du auch Rolly zu mir sagen? Melanie. Okay, nein. Okay, Baby. Also, bis dann. Mach's gut, ich rufe dich an. Ciao. Ciao, Melanie. Na, welche Nummer hast du diesmal rausgegeben? Die von deinem Friseur? Nee, deiner. Quatsch, diesmal wieder von Erkan. Ach boah, mir guckt nicht wieder so. Ich hatte meinen Spaß und ich muss herausfinden, was zu mir passt, ne? Boop, boop.